Lass mich doch jetzt hier hoch. Sven, von... ja. Zwei von da, zwei von da. Okay. Schön. Drei sogar, drei. Einer liebt er noch. Na, Svenny, ich muss dich melden. Ladies and gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde CSGO Bro Fang. Wir sind wieder im Vierertop und wir haben richtig Bock auf die nächste 24-Stunden-Sperre, weil wir einfach so krass sind. Und heute wird es ein bisschen komisch. Die Gegner haben nicht so ein dickes Pflaster heute und wird aber trotzdem wild und teilweise lustig. Deswegen schaut gerne rein, wenn ihr irgendwelchen Bock habt und Like und Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde uns freuen. Auf jeden Fall erstmal wilde, aber auch sehr komische Runden. Global Offensive. So, okay. Leute, es geht los. Ich glaube auch. Ja. Da rollt eine Dose. Ja, ich habe sie nicht. Lass mal schnell auf Arraschen. Also am nächsten Mal ist der Mirko. Genau. Samirko, bist du ja nicht so ein hohes Level? Wo ist die nächste Frage? Wer ist so orange? Ich glaube ich. Das bin ich nicht für grün. Weiß gleich mal drauf und 3, 2, 1. Zugriff! Oh Moment. Los. Ich sag doch auch einmal, eh, nicht zweimal. Sven hat wieder zugemacht. Kann ich wahr. Ah, nee. Das ist verdient. Und so eine, mitte? Verdient schlossen. Okay. Du hättest. Bitte so eine, das ist aber auch angeschossen. Oh come on! Wo ist es? Nein. Sag ich bitte. Einer hat auch noch über Backups. Über der muss man. Oh schau. Ja, dieser Knick ist halt der größte Schwitzer. Oh man. Oh man. Das ist für den vier Kids. Mirko wieder dominieren bei uns. Südisch. Hm. Mirko spielst du noch wieder hart rein? Ich, ne. Das 2 geht's mehr als ich. Wir jetzt nach B oder wo gehen wir hin? Ich hab zwei mehr. Nochmal. Weil die Ecken, dass wir mit B gehen. Okay. Das denken sie ja nicht. Aber egal. Diesmal pushen wir wirklich durch. Was klar? Wollen wir Leiter? Mit einem? Äh. Ich weiß, mit Pistolen. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Ja, was? Aber nicht mit der Bombe. Ähm. Hey. Ich bin jetzt mal auf. Ich löscht die Bombe, hey. 4 und 1. Alles klar. Oh Gott, ja gut. Ja genau. Da sind zwei Leute, die haben sich abgaben. Zwei. Einer ist, einer ist links. Links in der Ecke. Links in der Ecke ist keiner. Einer ist nach oben. Einer ist nach oben. Jetzt auf den Ding. Geht nach, geht in die Ecke. Links obere Ecke. Einer ist nach oben. Zum Mädel lebt der auch noch. Also zwei waren in der Mitte. Ja? Schade. Er ist immer noch oben links in der scheiße Ecke. Ja. Ich habe ihn angeblich nicht einmal getroffen. Jetzt geh raus. Als ob. Der, der kommt ja auch ausgesprinte wie so ein... Ja gut, wenn man laufen kann, kann man auch einfach mal drei Kugeln treffen. Ah ja. Ja, aber da macht er jetzt. Orange ist einfach. Das ist ja ein Profilbild. Orange macht er jetzt. Vielleicht, vielleicht war Cage auch nicht so die Petrons. Jeitz. Aber Hauptsache ist nicht die Waffe, Manko. Let's go. Lass mal auf B gehen. Okay. Okay. Meko macht kurz. Guys, I tell you, we kill them all. Andere nach rechts durch. Ich flash. Wer ist denn blind? Die... Der tot? Er ist aber lang oben drauf, glaube ich. Wer habe ich eigentlich geblindet? Wer habe ich eigentlich blind gemacht? Nee, das war nicht mein Flash. Ich habe jetzt nach oben drauf. Was? Ich bin auf euch. Was? War eine gute blind. Also einer war halt oben. Er ist das lang oben drauf, immer noch. Ich bin auch ziemlich sicher. Orange ist es. Naja, einer so. Nee, reicht er nicht. Also einer war gerade oben. Der hat mich gekillt auf jeden Fall. Ah, krass ist die immer da, als ich so gesehen. Bleiben, denn da. Alle scheiden. Okay, Orange ist heftig. Nein, nein, Likos, noch heftiger. Möchtest du jetzt nicht mehr. Seine, die Afe mir gucken. In dem Moment ist mein Flash geworfen, aber das hat Sven schon gesagt, ich bin blind. Ja, du bist auf. Ja, ich... Ja, alles gut mit dir. das war die von seinem mate ich bin blind ich sehe nichts alles klar wenn ich so für uns die mp7 ist so stark teilweise dadurch beschützt mich ich war drauf ne orange war drauf orange war drauf warum kann der Hedgehog gehen das spiel aber gut eigentlich orange spielt ein bisschen weird finde ich weißt du ne das geht schreckt engelschen zumal du hast du blau noch nicht gesehen Miko ja blau war mega blau war mir so so gesundheitlich ja das ist so schön ich bin doch da fein fein da ok ok ich muss meine camp gerade größer machen bei danke 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 es ist hier wird gerade gerettet kann ich bin jemand Ey, von hinten! Oh, come on! Ich hab den... Oh, Mann, nur 29. Ach, scheiße. Wo war der denn? Der, ja, der Typ, ich weiß nicht. Da kommst du nicht mehr durch. Blenden und Entdeckung. Ja, irgendwie war D. Nein, du musst einfach länger gedrückt halten. Ah, okay. Oh, das ist einfach kein Geräusch. Komm weg mal. Durch die letzte? Mhm. Scheiße. Gegen drei. Alles gut. Sehr geduldig. Wer weiß. Hält's ab! Ja, scheinen, holen wir noch mal nach. Wir kriegen schon... Einfach noch... Einfach noch ein anderes Spiel, was man noch spielen darf. Das ist ein bisschen belastend ist gewesen. Aber holen wir noch nach. Das sind hundertprozentig Zauberer. Wie ein Männchen. Nee. Du hast auch zu laut sein. Ich hab dich... Ich hab dich pupsen gehört. Du. Warum geh ich jetzt mal wie Bombay? Ja. Du kannst mal damit. Ja, scheinbar nicht. Aber die Wicker wollen leider nicht, dass man das Spiel zeigt. Also... Achtung, Flash! So einer? Drunter gesprungen? Rechts! Digga, was ist denn mit dem Typen? Ich weiß nicht, der Typ ist... Keine Ahnung. Der drückt mir ohne die Heads! Ein bisschen komischer Typ. Unser Mädchen hat sich ganz selbst mit seiner Smoke abgeworfen. Ja, das ist Verwirrungstaktik. Einer ist ein Dings Event gewesen. Event? Ja. Ist auch immer noch. Kommt jetzt runter? Ja, das runter. Ja, natürlich weiß er das. Ist Wendgeil der Letzte? Nee, Wendgeil der Letzte? Geil schon down. Oh, nice. Soll ich noch Geil so mitnehmen? Entweder 4, zackt. AK, 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 AK. Ah, scheiße. Schon sehr komisch, wie er spielt. Aber okay. Teilweise schon, ja. Aber wenn er gleich stand. Na, egal. Ja, auch bitte müssen die ja. Hm? Theoretisch. Das, äh, würde die Namen nicht richtig nutzen. Aber... Hey, gehen wir schon hin. Oh, ich denke. Fällt wieder mal belohnen. Das ist fett. Da war jemand von seiner Mitte. Oh! Rechts in der Ecke. Warte mal, hin tut's da einer. Hä? Hinter uns! Ja eben, hin tut's den Bot. Nee, es war ab da. Da knickt der Ding gesteuert. Ah, fuck! Ich hab kurz Schiss bekommen. Ja, der Bot hat mich fast gemacht und dann sehe ich so, oh, das war der, der knickt. Mann aufgehoben. Alles klar. Äh, Veit willst du eine ABE? Äh, ne. Mich ging die. Außer du, keine Ahnung. Ich kann nicht boosten mehr, oder kannst du mir selbst nicht? Du bist im Moment weiter oben, deswegen, wenn du mir vertrauen mit der AK hast, dann können wir auch wechseln können. Ja, ja, lass aus. Ich hatte mit eh nicht. Soll ich ein boosten? Du bist mit der ABE eher als ich? Ja, scheinlich, aber wir hatten ein bisschen mehr Bock auf hier Dings, hier CS. Wieso kann ich mich nicht mehr hinho-? Du bist noch hingehockt. Ah, jetzt. Okay. Mach ich auch immer. So steh ich auf. Einer hinten bei nem Auto. Los. Ah. Hab einen. Okay, leg's bei mir. Ah, Mitte. Da ist er. Ich hab mal ne Blende sagen. Also, er geht nach oben und stimmt. Ja, geil gemacht. Nice. Die Waffe hat aber auch was, also die ist gar nicht so scheiße. Welche? Die SG. Okay. Ja, aber... Ah. Ihr seid Anfängerfreund. Ich hatte... Das ist es halt. Für mich das Richtige. Janik, wie hast du dich geschafft ganz nach oben zu kommen? Hm? Wie? Bis zweiter auf einmal. Ja, hinter Orange mit 70. Das war richtig hier oben. Da war einer. Da war einer. Hauptsache, du sagst, wer für, äh, wer für Smok... Du hast ne Blende. Wo war einer? Da, wo ich gesmokt hab, Sven? Da oben Fenster. Hinten und, äh, On-Spot auch noch einer. Okay Sven, wir sitzen Arsch am Arsch, ja? Oh Gott! Du hast mich so erschrocken, ne? Sven, du hast die Bombe, ne? Aufwechsel. Achso. Unten. Direkt der war unten. Wo war der? Mitte. Die machst du mir nicht gerade. Ja, das ist mein Martin. Zeig dir. Ich hab ne Zeus. So. Der Ritter hat's geguckt. Nein, ich hab vor uns geguckt. Warum kann man Rauchgranaten und sowas eigentlich nicht fallen lassen? Also... Weiß ich nicht. Das ist mega lost. Mal munkelt. Wahrscheinlich soll das kaputt gehen. Wenn du stirbst, ähm, dann lässt du dir fallen. Du hast die an Spawn ausgelöst hier, ne? Mirko. Du kannst ja einfach sterben und dann lässt du die quasi dadurch erfallen. Klarscheide, das versteh ich auch. Lass mich doch jetzt hier hoch. Sven von... Ja. Zwei von da, zwei von da. Okay. Schön. Drei sogar. Drei. Einer liebt er noch. Na, Svenny. Ich muss dich melden. Ups. Gehst du einfach hier dran vorbei und gehst er? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da war noch. Da war noch. Weißt du, wie er nicht drauf anbaut? Ich hab eigentlich geholt noch, ne? Ja, gut, plant einfach, oder? Komm, dann. Der war voll rechts in der Ecke, Janik, bei dir. Okay. Ja, ist er noch. Cool. Easy. O.G. Stech. Oh. Willst du nicht stechen? Verdammt. Ich dachte, noch zwei Leute killen, hat man mir gesagt. Warum hab ich denn einen Zeus? Auf und knickt. Alter, ich bin immer noch eine letzte. Gott, bin ich schlecht. Sven. Ich bin... Der zweite und fünfte haben einen Kilo unterschied. Jetzt danke dir nichts. Oh. Oh. Ne, ich will da nicht rutschen. Klasse. Aber kannst du drauf sind. Dann machen wir die wieder weg. Gut. Ach, ich hab die Bombe. Ja, ne, mach die man nicht weg. Ja, ne, mach die man weg. Mirko und unser Mate machen ist schon. Mirko und unser Mate machen ist schon. Ey, der Typ von Abel. Mirko ist auf mein Ohr. Hinten am Dings Auto. Auf Asport. Komm die hoch. Scheiß. Soll ich B plennen? Machen wir mal, ne? Einer kommt, glaub ich, oben. Mhm. Ja, einer ist oben. Ja, einer ist oben. Yikes. 18 Schaden nur. Mit seiner scheiß Arme. No Scope. Der hat ja auch geno... Okay. Der hat an. Der hat an. Ne, das war der andere. Zwei verschiedene haben euch genusguckt. Ja. Schade. Aufspann das Mate. Voll mies. No Scope, ey. Hättest du auch gemacht. Ne. No Scope ist schon ne Frechheit. 4 Kids bin ich vorfeiert. Das ist der Wahnsinn. Ich booste. Mhm. Wie ein AWP, weil er sonst nichts kann. Ja. Mann. Ja. Einer wieder K hinten. Einer ist ja in der Mitte mit AWP. Beim K immer noch. Nice Smoke. Es ist lächerlich. Sven? 25, ich hab nur einmal getroffen. Alles halt. Einer gerade. Einer links. Und einer rechts. Einer links. Einer rechts. Oh. Links und rechts Sven. Links und rechts. Fuck. Oben. Oh, ich lasse Arme Fuzzis. Das sind schon wieder die besten Spieler der Welt. Kannst du schon wieder nichts gegen machen. Ich lasse Arme Fuzzis. Was? Oben. Heee. Hmm. Und eigentlich spiel ich immer nur AWP. Mehr ist es eigentlich nicht. Mhm. Na, komm ich halt mit den boosten. Ich spiel es auch. der würde ich der wird ja im übrigen zeit zu machen vielleicht für dich wenn ich die hier werfen kann mitte 3 ganz kurz woher kommt der spieler da hat sich der namen geändert stand zu kronen abwp da habe ich keinen bock drauf aber der stand doch hinten durch made könnte aufhören alter wp ist so unrußig jawohl genau genau wir sind nicht gut weil die waren schlechten die übernehmen die ganze zeit ja wir machen auf die bot zuerst fertig wenn wir langsam mal spielen kommen die platz laufen wir durch das war unser spieltempo ein bisschen nach hinten schieben, weißt du? Warping Headshot Tu's nicht! Tu's nicht! Nee, ich hab gar nichts Ich auch nicht Nein, du's nicht! Wendt? Wendt, Leute? Von A, bei K noch Maaannnnn 59 in 2 Hab ein? Ja, das war der Der noch hier oben, oder? Ja, ja, ja Hier oben, oder? Also, Kost Digga, diese scheiß AWP, das ist so ne Abfuckwaffe Iiiiick War's gut Warst du denn gestürzt? Hm, ist gut, oder? Was? Ich schaue mich an Wow Wow Der Wechsel hat in ihm geschlossen Oh, Gott Die ganze Zeit die AWP zu spüren hat echt keinen Spaß Wechsel Haben wir gewonnen Nee, die ganze Zeit wieder typisch, weil die haben wir die ganze Zeit ganz wechseln Das ist aber die letzte Runde, die Fight, das ist aber die letzte Runde Dann Seidenwechsel Jaaaa, Seidenwechsel Seidenwechsel mit Bots, das wird wild Die anderen Achso, klar, kann sich Warbring, ne? Ach, scheiß drauf, Alter, wirklich Ich kann das mal drauf, geht wieder Die scheiße War mal wichtig, warum eigentlich immer? Ja, scheiß zu Geh Sven, geh Jawohl Nochmal Ja Tu's Jawohl Ja Jawohl Oh, Mann Okay, Leute Wir können das Ding nach Hause bringen Mhm Ich brauch nur Motivation Wir schaffen das Wenn wir reden weiter mit dem Fünfkissen Genau Okay, dann nicht Sven, ich komm, dich besuchen Ja B, 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 B Bayblade Jetzt sind mal die Bots, ich verhau, ob die wirklich weggehen Nein Dachte es mir schon Warte ich jetzt so schnell gekillt habe, oder was? Nee, weil da oben rechts steht Bot Albert Achso Bomben ist einfach auch Digga, okay Ach, zwei Treffer, genau Drei gegen eins Ja, kein Problem Und einer von uns drei ist gut Und einer von uns drei ist gut Wisst ihr? Und Sven, ich komm nicht so auf Wisst ihr, jetzt haben sie nochmal Ecke Also nochmal keine Arfe Easy Geil Willst du, Freddy? Was ist, Freddy? Willst du, Freddy? Oh, ist trotzdem anstrengend Das ist, wenn ich nicht schüttet G-3-2-1-BUM Eie Eie Jawohl So ist, das ist doch mal geil ich hab ihm aufgegeben links bei mir ist noch jemand ja ich bin aufgehoben die 50 in vier jungs das leute schrubt öffnen zu sehen nennen nennen wir wollen hier wilde runde ich habe getroffen oder okay gut okay jetzt schon mal der smoke einer ist weg okay noch drei leuten zwei sind auf jeden fall noch da ob er bekommen natürlich das ist der letzte 6 api höchstens wo ist denn der war hinten unseres von mir ist es nicht so krass wir nehmen die jetzt geht es hat mir keine jawohl mit meiner m4 bist du noch das jetzt eben und klick also kommen die nicht auf diesen scheiß warum komme ich jetzt nicht hoch und zu fett damit haben nicht ich habe hier leben sind wir tot eine safra das alles gegebene Fähne noch Steps für uns? Ja, hier! Ich bin tot! Hat die Ecke gewechselt! Kann man bei uns im Spawn? Wahrscheinlich bei uns im Spawn. Hier, genau hier! Sind beide noch. Yup. Ich habe mich angeblich gar nicht getroffen. Let's go! Wo war denn der andere jetzt noch? Der hat mich auf Argo holt. Mirko ist so krass, ich muss ihn melden, ich glaube er schüttet. Na gut, dass ich glaube ich sollte mich aber jetzt wollen das hinstellen, weil er will ich wissen, wie er sich da steht. Tut mir mein Gefallen, gib bitte alle auf, damit wir noch danach noch eine Runde spielen können. Alles gut, Brand! Jetzt kommt Julian! Ist aber frei! Ist frei, okay! Ja nicht! Oh, Wendek, 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 Wendek? Der Internet kackt schon wieder ab oder? Oh, oh, Yannick? Ja! Hallo? Sowohl Sven als auch Mirko stehen ja nicht mehr. Hm? Oh, Sven will ich hier. Hallo, 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 hallo. Ich glaube es hat sich gefangen, hoffe ich. Ah, ah, ah. Lauf Sven! Lauf! Ah! Ja! Ja, Entschuldigung! Ich habe schlechtes nicht gehört. Sven, nein! Sven spielt CS! Aua, ich bin blind! Hinter uns ist auch einer! Einer Garage! Einer hinten, einer oben! Schalt! Wow! Genau! Einer links, einer oben! Und der andere rechts! Ja, ich kann nichts machen! Ja, alles gut! Okay, jetzt wollen wir die Thirsten! Wir haben noch einer als Spiel abgebrochen! Geil! Wir spielen 5 gegen 2! Wir spielen 5 gegen 2! Ich kann sonst auch noch für jemanden kaufen! Ich kann auch! Ne, ich kann nicht mehr kaufen! What? Naja, ein wenig großartig gut ist... Ich kann auch nicht so gehen, sondern... ...ich kann auch nicht so gehen! Was du gerade aufhörst? Das ist alles gut! Ich bin aufhörst! Was, du hast das? Ja, du hast doch noch viel gebrochen! Fahrst du dich! Leute, entscheidungsrunde Leute, entscheidungsrunde Leute. Ach mann. Oh mann, was, so ein Match? Alter, vier gegen... Vier Bots. Oh mann ey. Das kann nur noch Bots. Oh mann, das ist so unfair. Das ist so unfair. Das hab ich nicht gemacht. Das ist so unfair. Du Arschloch. Ich wollte killen. Oh mann ey. Die Einträchtigung. Für so ein Match haben wir jetzt gesperrt. Oh ne Waffenkiste. Sven, jetzt nur noch 2 Euro Schlüssel reinhauen. Ja man. Nein. Geile Sperre jetzt. Ich glaub ich war nicht mehr so entspannt, alter. Nein. Naja, ich haut so. Tschüssi. Tschüss. Willens spielen. Tschüssi. 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 Tschüssi... ... vom Untertitelung des ZDF, 2020